Der offizielle Stellplatz für WOMOS in Burgsinn war im Mai 2017 durch Brückenbauarbeiten nicht zu erreichen. Fast neben dem Schwimmbad. An für sich ein schönes ruhiges Plätzchen. Eine Versorgungsstation ist bereits vorgesehen, im Mai 2017 allerdings außer Betrieb. Freundlicherweise hat die Gemeinde, gut ausgeschildert, an der Sintal Schule provisorische Ersatzstellplätze für WOMOS ausgewiesen. Burgsinn bietet sich idealerweise für Radtouren in den Sintgrund an. Bekannt ist Burgsinn unter anderem durch seine Wasserburg. Der Besitzer der unter Denkmalschutz stehenden Burg lebt in Frankreich und überlässt das Kleinod seinem Schicksal. Das Landratsamt hat durch Notsicherungsarbeiten mittlerweile aber den weiteren Verfall gestoppt. Der Sintgrund ist in großen Bereichen ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet. Das Landratsamt hat durch Notsicherungszuste제� Musik Bisam und Biber haben sich wieder angesiedelt. Mit etwas Glück kann man sie beobachten. Brutzeit. Diese Amsel lässt sich nicht stören. Bekannt geworden ist der Sinngrund aber durch die unter Naturschutz stehende Schachblume. Von Ende April bis etwa Mitte Mai ist ihre Blütezeit. Musik Auf den Magerwiesen in den Sinauen blühen sie stellenweise in großen Krüppchen. Musik 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 Abends nach abgestrampelten rund 60 Kilometern auf einer Rundtour durch den oberen Sinngrund kann man sich in Burgsinn in diversen gastronomischen Betrieben richtig satt essen. Bis zum XXL Steak. Wer allerdings die etwas feinere, gehobenere Küche bevorzugt, dem empfehlen wir nach einem Tipp aus Burgsinn in Rienegg das Gasthaus zum Löwen. Jeder halt so wie er mag. Musik WYeah codel revisor od Musik Musik Such Untertitelung des ZDF, 2020